Hallo und herzlich willkommen zu den News der Woche hier bei autoforee.de. Ich bringe euch mal in einer kurzen Zusammenfassung die wichtigsten Neuigkeiten in dieser Woche und da möchte ich auf einen großen Punkt eingehen, nämlich den Plan von Volvo mit den neuen Modellen ab 2019. Egal welche Zeitung oder welchen Radiosender oder was auch immer man da irgendwie zugehört hat, gelesen hat in den letzten Wochen, es sind in meinen Augen zu viele Fehlinformationen im Umlauf. Deswegen jetzt mal klipp und klar, Volvo, was haben die ab 2019 vor? Der CEO Hakan Samuelsen hat im letzten Wochenabschnitt etwas publiziert und viele haben das total falsch aufgenommen beziehungsweise total falsch wiedergegeben. Und jetzt offiziell, der Plan ist, Volvo wird ab 2019 einen Elektrifizierungsplan ansetzen. Das heißt aber nicht, dass Volvo ab 2019 noch Elektroautos bauen wird. Diese Info ging nämlich so durch die Medien und die ist total falsch. Was Volvo damit plant, ist eine sogenannte Elektrifizierung. Das heißt die Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Das heißt aber nicht nur Elektroautos, wie es glaube ich auch der Spiegel oder der Fokus einer der beiden hat so geschrieben. Stimmt nicht, denn Volvo hat nur den Plan elektrische Motorchen in diese Motorchen reinzupacken. Heißt in diesem Plan ist auch ein 48 Volt System mit inbegriffen, das zwischen Motor und Getriebe sitzt. Ist so gesehen nichts bahnbrechend Neues, denn Audi baut das komplett bei allen A8 Motoren ein und bei Mercedes kommt es auch in der S-Klasse und dementsprechend auch da in den neuen Modellen, die 2019 kommen. Das heißt so für sich genommen ist diese Neuigkeit, die Volvo da anspricht, gar nicht so bahnbrechend. Denn generell wird es weiter konventionelle Verbrenner geben, nur die werden eben mit 48 Volt Systemen ausgerüstet. Und das betrifft auch nur die Neuvorstellungen ab 2019. Denn 2018, also nächstes Jahr, hat Volvo die komplette Modellpalette einmal rund erneuert. Und damit ist der XC90 das älteste Modell. Somit gesehen treffen ab 2019 erste Facelifts auf diesen Elektrifizierungsplan. Das heißt aber nicht, dass man beispielsweise einen V60 nicht mehr mit normalem Benziner bekommt, denn der wird erst nächstes Jahr komplett neu gemacht. Und dann bekommt er vielleicht 2020 oder 2021 diesen Elektrifizierungsplan mit. Also immer schön ruhig bleiben, Volvo wird nicht ab 2019 nur noch Elektroautos bauen und keine weiteren Modelle mehr anbieten. Denn Volvo selbst hat glaube ich vor einem oder zwei Monaten gesagt, der Dieselmotor hat in der Hinsicht keine Zukunft mehr. Ja, wird aber noch bis 2023 angeboten. Erst 2024 wird es von Volvo keine Dieselmotoren mehr geben. Bis dahin, klar, mit 48 Volt System an Bord, aber an sich, der Diesel wird bis 2023 bestehen. Und ich hoffe, es ist jetzt einigermaßen zusammengefasst, was Volvo ab 2019 vorhat. Und ich hoffe, ihr versteht, dass einiges, was da irgendwie publiziert wurde, kompletter Müll ist. Noch kurz zum Thema Müll, was man da nämlich komplett rausgelassen hat. Man hat sich nämlich nur auf irgendwelche Thesen gestürzt. Der Plan ab 2019 bis 2021 sieht auch fünf Elektroautos vor und zwei davon sogar von Polster. Also diese Informationen sollte man vielleicht dazu auch noch wissen. Aber der Rest generell, klar, Verbrenner, Benzin und Diesel bleiben. Nur eben mit 48 Volt. Und dann springen wir auch schon direkt zu den Gerüchten. Es soll nämlich ein Renault Zoe RS bis 2020 möglich werden, wenn man das Chassis des Clio Sport darunter packen kann, was anscheinend auch möglich ist. Das einzige Problem aktuell ist, dass mit der aktuellen Batterietechnologie der Prototyp innerhalb von 15 Minuten unter Volllast leergefahren ist. Und ein weiteres Gerücht, der neue Mercedes A45 AMG, also die flotteste Version der neuen A-Klasse, soll auch auf ein 48 Volt Hybrid System setzen. Soll heißen, 2 Liter Turbmotor, höchstwahrscheinlich 9 Gang Getriebe und dazwischen ein kleiner E-Motor mit 48 Volt. Das war es mit den News der Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr belohnt das Ganze mit einem Daumen nach oben. Lasst noch ein Abo da, wenn euch der Kanal gefällt und ganz wichtig, auch die Glocke dazu aktivieren. Dann sehen wir uns garantiert beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.